. . . Liebe Fans in der SAP-Arena. So säen die Mannschaften aus, wenn nur Spieler aus Deutschland antreten würden. Doch so funktioniert unser Sport nicht. Ein Team entsteht nur, wenn Sportler und offizielle ungeachtete Herkunft zusammenhalten. Ohne Vielfalt kein Spitzensport. Verschiedene Hautfarben und Religionen dürfen keine Rolle im Umgang miteinander spielen. Die Rhein-Neckar Löwen leben Toleranz und Respekt. Wir zählen dabei, auf jeden einzelnen Fan Offenheit zu leben und für eine solidarische Gesellschaft einzustehen. Handball kennt keine Grenzen. Und hier ist der zweite Teil der Rhein-Neckar Löwen. Sie sind greatest, die Rhein-Neckar Löwen geben. Sie ist ein Rhein-Neckar Löwen. Und hier ist der zweite Teil der Rhein-Neckar Löwen. Wir freuen uns, wenn wir uns sehr gut da, oder? Wir freuen uns, wenn wir uns auf der Mitte. Wir freuen uns, wenn wir uns im Raum sind. Wir freuen uns, wenn wir uns auf dem Weg unserer Healthcare beendet. Und wir freuen uns. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Spieler der TSV Hannover-Burgdorf, dass ihr da mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank. Beide Teams machen jetzt noch zusammen ein Foto. Ihr dürft das niemals vergessen, liebe Fans in der Arena, gerade in der aktuellen Situation. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir alle laut sind und alle aufstehen, damit so etwas wie das, was momentan in Deutschland passiert, nicht weiter vorangetrieben werden kann.